Also, ein schöner Platz ist es ja, gell? Ja, oftmals ist es doch an Orten, an denen man denkt, es ist idyllisch und es ist nicht so viel los. Es ist eigentlich ein schöner Tag und es ist der Ruhe doch am sonderbarsten. Die Günther und der Heinz, die haben einen schönen Nachmittag am Ellenloch geangelt. Ziemlich gut und vielleicht ein bisschen zu viel angefüttert. Ja, da passieren doch manchmal ganz merkwürdige Sachen. Ja, glaubst nicht. Ja, und manchmal weiß man gar nicht, hat man das geträumt, hat man das gesehen. Ist das ein Schwan oder sind da irgendwelche Fisch? Ja, das Angeln an dem See, an einem schönen Tag bei großer Hitze, kann manchmal doch ein Zugbild servieren. Direkt unter so einem Steg? Die Sache zeige, dies gibt es gar nicht. Wahnsinn. Oder doch? Aber manchmal träumt man auch, wenn man träumt, man wird träumen. Oder ist man da etwa wach? Seltsam. Seltsame Dinge passieren am Ellenloch. Beim Feedern. Eine merkwürdige Sache. Die Sache. Untertitelung des ZDF, 2020